Liebe Brüder und Schwestern, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Alhamdulillah, heute werden wir ein neues Thema anfangen und dann auch, wir werden auch jeden Freitag dieser Vortrag auch live auftragen, wenn das möglich ist Wir wünschen uns, dass wir ein neues Thema anfangen haben, dass wir ein neues Thema anfangen, was wir hier sind Das ist auch sehr, sehr wichtig, dass jeder von uns auch das braucht. Das heißt also mit Abwechslung. Einmal machen wir diese Ashrat al-Sa'ah und einmal machen wir diese Erklärung von Al-Usul al-Salatah. Wir fangen, inshallah, mit diesem Thema, der auch sehr, sehr wichtig ist und der hat mit Al-Yawm al-Akhir zu tun. Al-Yawm al-Akhir zu tun. Und das ist auch eine Säule von Glaube. Wie gesagt, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, als Jibril alaihi wasallam zu ihm kam und hat diese Fragen gestellt, danach Jibril alaihi wasallam weggegangen ist und dann hat Al-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an die Sahabe auch gefragt und die wissen nicht, wer da war. Hatte, kallelahum, innehu kana Jibril. Da war Jibril kam extra, damit er eure Religion beibringt. Und das heißt, von dieser Dre、ram an der die Himmel ist, im Himmel, an der Liebeisteierte Nachfragen an die heutige Seite. Wie gesagt, das war Jibril, dass man diese Frage zeigt, ob Resultat der Leh vielmeул, wasallam nicht also? Und das ist dieser Hadith steht in Muslim. Hadith und Sahihrawaahu Muslim. Und اليوم الآخر ist eine Sache die wie gesagt von Glaube. Und jeder von uns muss auch daran glauben. Dass jeder von uns muss auch sterben. Das heißt, dass jeder von uns sagt. Und dann wird der Herr der Geist und der Geist und der Geist und der Geist. wird auch diese frage stellen die mann im mülkul jungen im mülkul jungen keiner wird diese frage beantworten warum weil keiner auch oder niemand ist auf diese und das ist also nur von dieser jungen werden wir auch so viele sachen auch machen und der wie auch die meisten gelehrten die auch bücher geschrieben haben wir haben immer mit diese zeichen der stunde oder anzeichnungen auch der stunden gemacht damit meine ich also die kleinen zeichen die große zeichen bis bis drohe immer wieder die jungen die wämmel im nahr das ist halt in schaala von griffier mit diesem thema heute an und ich finde es auch also sehr sehr viel schick damit wir in schaala das auch weiter machen und allah azze wajal karl für so dass sie all mu'min und karl lau azze wajal fieselten minum afa hasi betum annama khalak na kum abisa wo anna kum ilyna natur johon denkt ihr dass ich euch einfach so erschaffen habe ohne dass ihr auch also ihre eure beabrechnung auch bekommt allah azze wajal karlakana und der weiß genau dass er also oder für was er uns erschaffen hat kann man karlakana karlakana und inserwajinna illa lia abudun ha und machalakta inserwajinna illa lia abudun nicht dass uns einfach so uns in diese also geschickt hat umsonst nein warum weil jeder wird auch entweder seine belohnung im paris kriegen oder seine strafe in jahennem kriegen wallahumma rzuchna al jannah naa karlakakadarik allah azze wajal fieselten nazi at yasalunaka anissa yasalunaka yasalunaka j a muhahmad an sah sah ayd rust und meta ta ko muss sahh yasaluna kebaan kam über ya rasul aller 46 operationen muhahmad, salallahu al refill das amen, meine johala dann kommt die Stunde und dann war der beste Mensch, der auch die Fragen beantwortet hat. Er hat ihm nicht gesagt, morgen oder übermorgen oder kommt oder sowieso. Das wird kommen. Aber er hat ihm Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam gesagt oder beantwortet, was hast du vorbereitet? Was hast du vorbereitet? Das ist die Sehnsache. Stunden wird kommen und Tod wird jeder von uns auch das kosten. Warum? Das ist das, da wir uns doch nochmal verlassen haben, das ist das die Wahrheit der Gesellschaft zu verstehen. Und wir haben uns auch geheißen. Und dann haben wir darüber gingen, dass das Gehirn erzählt hast, was es das Gehirn erzählt wurde, die uns übernommen haben. und auch Allah Azawajal قال in einer Aya und die meisten Mufassirin die haben gesagt das die letzte Aya was Rasul Allah Sallallahu Allieh Wasallam Begum Nat قال Allah Azawajal in Sura Al-Baqara Qul Inna Al-Mawta Al-Ladzi Tafirruna Minhu Fainnahu Mulaqaykum Thum Mulaqaykum Fainnahu Mulaqaykum هذه ليست في Bqara Zumbach In Sura Al-Jum'ah Qul Inna Al-Mawta Al-Ladzi Tafirruna Minhu Fainnahu Mulaqaykum Thum 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 Thuraddu Al-Ladzi Al-Ladzi Al-Gayb Al-Ladzi 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 wichtig werden wir auch über so viele sachen auch reden und auch so viele sachen auch erklären damit jeder von uns muss auch vorbereiten dass er irgendwann also sterben muss und gesagt immer es ist nicht dass also ein mod ist hat die das ist die 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 wahre war ich sagen wir waren warum was schlimm ist dass du nicht antwort denkst das ist noch schlimmer als mut jeder von uns muss steigen aber was schlimm ist al-ghafla bis an achtam kait es ist das a schlimm was ist gibt auch ein hadith hadithun rawaum muslim und ahmed kathalik anna r-r-soul sallallahu waalihi wasallam hadithun wie gesagt rawaum muslim und ahmed an amru abnü akhtab al-ansari an amru abnü akhtabin al-ansari kail salabina rasulullahi sallallahu alihi wasallam was al-fajr saiz rasulullahi sallallahu alihi wasallam asu a hat mit dem sahaba salatu al-fajr ghebetit wasta nach kam fa khatabana hatta was tumma saiz al-minbar fa khatabana hatta hatta hati al-dohr das hais rasulullahi sallallahu alihi wasallam hat salatu al-fajr ghebetit gleich nach dem gebet saiz al-minbar thais al-minbar ggangen und hat gepredigt hat ein khutba gemacht bis wann bis salatu al-dohr also sag mal nach Fajr bis salatu al-dohr tumma nazala rasulullahi sallallahu alihi wasallam er ist wieder runtergekommen salatu al-dohra bis sahaba und dann was er was hat er wieder gemacht das wieder im minbar ggangenen saiz nochmal al-minbar fa khatabana hat wieder gepredigt hat wieder gepredigt bis salatu al-asri salatu al-asri tumma nazala min ala al-minbar fa salla bin nasi salatu al-asri gleich nach dem asr wieder gepredigt auf dem minbar hatta gharbat الشمs ila salatu al-maghrib und das ist längst du was rasulullahi sallallahu alihi wasallam gemacht hat er hat von Fajr bis Maghrib gedauert die sahabat haben nur zugehört sogar auch die sahabat der beste von uns der meisten hadith gespeichert hat und was ging es ging nur um shorot au ashrat saabat ist sehr kleinen zeichen und die große zeichen der stunden rasulullahi sallallahu alihi wasallam kann für alle mona afro wohnung der beste von uns war da so viel hadith in die umso um ashrat saabat gespeichert hat ok aber die frage jetzt warum lernen wir oder werden wir diese zeichen der stunde also einfach lernen warum weil was werden wir was werden wir von diesen sachen oder welche früchte werden wir von diesem thema auch also lernen nicht einfach dass du ein thema nimmst und dann damit du nur so viel daten oder so viele information auch sammelst und danach hast du nichts davon unser unser ziel oder unser zweck dass wir von diesen sachen auch so viel sachen auch lernen damit wir also für die al-akhirah oder für den tod richtig vorbereiten es gibt kleine zeichen und große zeichen aber bevor wir mit diesen kleinen zeichen anfangen und große zeichen auch anfangen was werden wir oder welche sachen werden welche früchte werden wir richtig lernen damit wir auch in unser heutzutage auch also profitieren und auch lernen was ist das? was ist das? was ist das? wenn du ein klein zeichen und große zeichen glaubst das ist ein glaub? ist das ein glaub? was ist das ein glaubst du ist Lehmun der Bis jetzt zum Beispiel hat Allah gesehen, aber wir glauben an Allah und auch jetzt keiner von uns hat einen Engel gesehen und das ist auch ein Glaube. Und auch keiner von uns hat einen Propheten gesehen, keiner von uns, wir sind kein Sahaba, aber trotzdem, wir glauben an alle Propheten, die Allah in dieser Welt geschickt hat. Alle, keine Ausnahme, die wir wissen, und die wir auch nicht wissen, sogar der Rasul, hat uns auch in einem Hadith gesagt, dass viele tausende Propheten gaben. Diese Leute hatten Erfolg gekriegt oder erfolgreich sind. Und auch Es ist auch ein extra Thema Und dass du an diese kleinen und großen Zeichen auch glaubst Solange ein Aya gibt Solange ein Hadith Muss sahih sein Weil heutzutage gibt es auch viele Hadithen Die schwach sind Und viele Hadithen die auch erfunden sind Und auch heutzutage Findest du auch so viele tausende Bücher Die über Ashrat und Saar auch reden Aber die meisten sind nur schwache Hadithen Oder erfunden Hadithen Warum? Es geht um Reb Wenn das um Reb geht Du brauchst eine Ein Hadith Oder ein Aya Warum? Weil Darfst du das nicht sagen Und wenn du das sagst Und du weißt nicht genau Dass das richtig ist Fah Makanuka Wie 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 und auch wenn uns sagt oder wie der rassul usallallahu alaihi wasallam sagt das wert wir sagen unser glaube ist und auch wenn rasul usallallahu alaihi wasallam uns gesagt hat das wird auch eine hätte kommen alle die er mir ist mir er wird auch meinen namen auch nehmen das müssen wir auch daran glauben und wenn auch allaisen uns gesagt hat oder immer was im koran steht das wird auch kommen ein tier wird auch kommen und auch hat du kann wird auch durch ein mensch auch wird auch kommen diese rauch und so weiter das heißt dass eine sache die mit verborgen zu tun hat aber trotzdem das versteckt uns verschickt auch unser iman und allaisen hat uns auch gesagt dass wir juli werden auch kommen dass auch trolle schimpfen bei riebe hat dass die aus von westen kommen nicht von osten sondern von westen das eine sache das heißt muss man lernen immer noch eine sache zu sagen weil wir das auch lernen damit wir auch für jäuung iam auch etwas verbogen nicht dass das du also wie gesagt informations auch sammeln ist aber daina 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 herz ist immer noch hart und du denkst nicht an tot das heißt hast du nicht probiert also profitiert und das auch nichts davon auch gekriegt aus ratus hat denn das ja auch viele taten viele guten taten auch machst warum weil du weißt genau das ist so viel halbieren werden wir auch schon lernen dass es die stunde ist nah es ist noch und auch ein mod kann immer immer kommen kann man karl rasul soll man wo er ist ein zeichen der stunde heißt motoren fisch ein fisch heißt dass du mit einem bruder warst und dann auf einmal gleich nach einer stunde oder halbe stunde jemand die schrift an und dann sagt ihr den bruder die du mit ihm war es schon gestorben wie wie kann das passieren obwohl das jeder von uns zu was genau wenn das kommt schon wird auch kommen warum ist alles schon geschrieben ein malakon ledi hat er wieder um michael unter vier botten ja er hat schon alles geschrieben wann du auch stellen muss deshalb muss man auch wie gesagt diese sachen auch richtig profitieren und auch wenn du auch diese kleinen oder große zeichen auch lässt musst du auch denken dass du irgendwann vor allahe dann gab auch aufstehen aber wie wirst du auch aufstehen und dann irgendwann musst du auch über die brücke auch laufen ob du das schaffst oder runterkommst und auch irgendwann musst du auch auf deine waage auch also stehen ob das runterkommst oder oben kommt jeder muss von jetzt an richtig vorbereiten deshalb werden wir inshallah diese sachen auch richtig auch lernen sogar auch rasul allahhi sallallahu alaihi wa sallam kala lana wailun lil'arab min sharrin kadi ikhtarab wailun lil'arab wail is ala sharr alway is an sharr is gigan khair wailun lil'arab wailun lil'arab wailun lil'arab min sharrin kadi ikhtarab wailun alay wailun ich hab wenn sie jude jude ja 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 jude das heißt tizer ja 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 jude des ins mawa ist is des shperger wurs constit iest ist felf vissen off so hard ist aufgegangen hecke da قال ar so dár soll wohl sallallahu alaihi wa sallam und nomad gold anna fija bayanen diese kleinen große zeichen wir werden wie auch ein paar sachen die auch nicht zu tun hat und da haben wir auch gelernt von diesen sachen warum es gibt ein hadith dass er wird kommen und der ist in eine insel sogar der ist da hat der schön der ist schon da und solle wo es aber auch so wie sieht er aus auch beschrieben dass er aber ist dass er also macht hat und so fort und so weiter aber was haben wir von diesen sachen auch gelernt es gibt ein hadith gala für rasul allah ist aber wie viel wie viel johm wenn er rauskommt johm kasana sei es ein tag genau wie ein ja wird richtig ein langer tag wie ein ja sein wo johmun johmun kasana wo johmun kasana wo johmun kasar schau mal subhanallah die als rasul allah sagte dass ein tag wird wie ein jahr sein an was haben die sahaba gedacht die sahaba haben an dem gebet gedacht an dem gebet an ibadatullahi azzawajal dass die allah azzawajal pünktlich anbeten dass die ihre gebete gründlich verrichten die haben keine angst gehabt ob das zwei jahre dauert oder drei jahre dauert oder fünf jahre dauert nein wir haben nur im rasul allah hat diese frage gestellt als er gesagt hat ein tag wird wie ein jahr dauern welche frage haben die sahaba gestellt als sahaba salen nebis salen nebis salen nebis salen allah war die wassallam an ein jahr mit der jahr ab taula allatia guter wenn kommt wie werden wir schau mal wie werden wir unsere gebete für wie werden wir unsere gebete für richten warum wird ein jahr wird ein tag werden wir ein jahr dauern das heißt wo ist also auf woher al-asr al-maghrib zumal ich ja wann werden wir das machen wann werden wir unsere gebete auch verrichten weil wir kann das sein dass ein jahr da musst du ein jahr heißt ein tag wird ein jahr das heißt von versuch bis ein richtiger ein richtiger langer tag wie ein jahr deshalb haben die sahaba an gebete gedacht wie kann man unsere gebete für richten fach hallo attack wie viel jahme wahidi min ha salatu jaun also werden wir also zum beispiel als so beten und dann werden wir warten auf bohr und dann werden wir wieder auf asr beten also also warten wird das richtig lang dauern mada kalam rasul allah sallallahu alaihi wassallam kalt la akderu laha muss mir das ungefähr also je nachdem wie viel wird das dauern und das haben wir auch hier zum beispiel genau wie die genau wie die länder die sechs monaten nacht haben haben nur nach sechs monaten und auch sechs monaten tag haben also zu sagen sechs monaten sohne und sechs monaten alles dunkel die musste auch bilden sogar auch wenn ramadan acht kommt wie kann sein dass du aufmacht wartest aber die sonne ist immer noch da und trotzdem deshalb haben die sahabe diese frage damals gestellt und jetzt haben wir von dieses habe profitiert und wissen wir genau wie kann man auch jetzt unser also gebete wenn in einem land sechs monaten nur nacht ist wie kann man fasten und wie kann man auch unser gebete auch verrichten nummer vier was kann man auch von dieser und diesem thema auch profitieren oder lernen maa riftu nebiyya sallallahu alaihi wassillam bi ashrafi saa das rasul allah sallallahu alaihi wassillam er hat uns damals gesagt das wird irgendwann kommen kamakana kamakana erkoolu rasul allahs laslim la ta komus saa hatta das und das und das und das passieren oder passieren wird und jetzt wer ist manche hadithen sehen wir das richtig live du sagst sadaka rasul allah salallahu alaihi wassallam rasul allahs als beispiel hat uns gesagt in jaziratul arab für al hijaz es werde richtig gebäude lange gebäude sein und Ma'asha Rasulullah hat das nicht erlebt aber jetzt gibt hat auch Rasulullah auch gesagt Isa er wird in dem Manara in Dimashq runterkommen zwischen zwei Engels und merkt in seiner Zeit da war nicht diese weiße Menagat in Damaskus in seiner Zeit und jetzt gibt Sadaqa Rasulullah hat so viele Hadithen gesagt und jetzt man kann nur sagen das auch motiviert uns dass wir im richtigen Weg auch sind ich sage nur ein Beispiel jemand oder gestern eine Gruppe die haben gesagt das heute ist Ende der Welt auch die gehört heute ist das heißt ab 12 Uhr es wird alles vernichtet wird alles runterkommen Qiyamu Sa'a Wallahi das ist alles nur Märchen jeder ich habe das nicht gewusst nur gestern mein Bruder hat mir gesagt dass es morgen ist Kala sind wir weg Subhanallah wir haben ein richtiger Glaube wir haben auch die beste Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam der uns auch die richtige also Glaube beigebracht hat keiner von uns keiner von uns weiß die verborgen Al Ghayb Sogar auch Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam wann wird mit Jibreel Sallallahu Alaihi Wasallam hat im auch diese Frage auch gestell wann wird ich tundukum قال ich weiß selber nicht هذا wann da ist Jibreel Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam الذي كان ينقل الوحي ما بين Allah Sallallahu Alaihi Wasallam und ما بين الرسول Sallallahu Alaihi Wasallam Jibreel Alaihi Wasallam da hat Al-Quran Al-Karim von Allah Sallallahu Alaihi Wasallam live gesehen ich meine live gehört und auch er hat zu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam auch beigebracht aber jetzt was kann man lernen dass Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam er hat so viele Sachen gesagt obwohl das mit Verborgenheit zu tun hat und die Sachen die mit Verborgenheit zu tun hat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam er kann das nicht wissen außer wenn er eine Offenbarung gekriegt hat er kann nicht das von seinen seine Nafs das sagen Sonda muss ein Wachy von Allah Azzawajal nehmen oder kriegen dann sagt er weiter sogar auch Allah Azzawajal selber Bakaal Alim Al-Ghyb Fala Yuzhir Al-Ghyb Ehe Ehe Allah weiß Al-Ghyb der Einzige der Wahrheit der Wahrheit kennt, Allah Azza wa Jal. Aber danach إِلَّا مَنِنْ ارْتَضَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا مَنْ ارْتَضَ مِنْ رَسُولٍ außer wenn Allah Azza wa Jal will ein Prophet paar Sachen die mit Wahrheit tun hat, klar machen. إِلَّا مَنْ ارْتَضَ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَضَ Das heißt, kein Prophet weiß Al Ghayb außer wenn Allah Azza wa Jal ihm die Sache gegeben hat. Diese Sachen gegeben hat. Warum? Weil Rasulullah wie gesagt, hat so viele Sachen uns gesagt und jetzt passiert. Subhanallah. Nummer 5, was kann man auch lernen? أنَّ مَعْلِفَتُنَا لِأَشْرَاتِ السَّعَةِ يُفيدُنَا في التعامل معها dass diese Sachen, diese Zeichen der Stunde, wenn wir das auch lernen, wie kann man mit diesen Sachen auch reagieren? Was kann man machen? بالطريقة الشرعية بالطريقة الشرعية حَتَّا لَا يَلْتَ بِسْ عَلَيْنَا أَمْرُحَ damit wir auch genau wissen dass das von Allah Azza wa Jal dass alles was uns Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, ist schon da und das steckt auch unser Iman das steckt auch unsere Regeln das steckt auch unser also sag ich auch also Brüderlichkeit dass das die Wahrheit ist, was wir freuen كَلْجِبَال كَلْجِبَال لا تُسَعْزَع die bleibt nicht, warum? weil wir die einzige Ummah die Wahrheit hat und Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dass wir die letzte Ummah sind dass wir die letzte Ummah sind dass wir die erste Ummah die auch ihre Abrechnung auch bekommt dass wir auch die erste Ummah die auch ins Paris reinkommt und Allah Azza wa Jal 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 das heißt die Sachen die auch uns Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam erklärt hat, beschrieben hat auch wenn Ad-Dajjal kommt werden wir klar wissen dass Ad-Dajjal ist warum? weil er uns sagte er hat ein Augen also einer wie eine wie eine Traube so richtig trocken und andere ist auf und wenn Ad-Dajjal uns sagt dass dass ich Allah bin jeder Muslim wird auch sagen nein du bist nicht Allah du bist Ad-Dajjal Allah Azza wa Jal nicht nur ein Auge Allah Azza wa Jal hat nicht nur ein Auge Allah Azza wa Jal ist Basir aber du bist erzielt dass ein Auge aber Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hat uns dich beschrieben ist doch eine sehr gute Sache obwohl auch Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hat uns auch sogar gesagt die schlechte Fitne was jede Oma bekommen hat also bekommen hat oder die ich meine gefährlichste Fitne was jeder von uns oder was jede Oma gekriegt hat war Ad-Dajjal ma min nabiyin haka da qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma min nabiyin illa wa haddara ummatahu min Ad-Dajjal Jede Prophet der hier gekommen ist hat vor dem Ad-Dajjal seine Oma gewarnt das ist eine eine Sache die auch sehr sehr wichtig ist damit wir auch wissen wie kann man mit diese Fitne auch umgehen weil es gibt auch Ad-Dajjal wie kann ich also verhalten oder wie kann ich also reagieren wenn ein Fitne da ist und ich habe kein Hadith ich habe kein Ayat was was soll ich jetzt tun was kann ich jetzt machen kann nicht wie kann man jetzt auch mit dieser leiche von rasul was lassen also umgehen warum weil er ein prophet ist die ist nicht normaler mensch der ist ein prophet und sahaba der war nur rasul was lassen als prophet ist nicht wie andere um die andere volke manchmal gibt es zwei manchmal drei manchmal bis 13 sogar manchmal viele 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 profil aber in zeit und sahaba und als er starb die wissen nicht genau wie kann man mit seine leiche machen bis abu bakrin radiyallahu anhu sagte samihtu schau mal jetzt samihtu von wem von rasulullah sallallahu alaihi wassallam gehört samihtu rasulullah sallallahu alaihi wassallam radiyallahu alaihi jeder prophet egal wo er stirbt dort muss man sein graben auch begraben im tansan al-fitnah und auch dieser muschkin dieser problem ist auch gelöst wegen was wegen ein hadith das heißt auch wenn wir diese halten auch wissen und bekommst du auch fitnah du kannst auch richtig reagieren mit viele eier und auch mit viele hadithen die unser sohn allahhi sallallahu alaihi wassallam gesagt hat nummer sechs was kann man auch dazu lernen das heißt wenn du diese sachen kennst das jahr kommt dass auch diese große zeichen auch kommt du weißt du weißt bescheid um was geht es ist das eine sache die plötzlich kommt es wird für dich eine sache die recht gefährlich ist aber wenn du das lernst du hast schon mal gehört dass ein rauch wird kommen dass ein tier wird auch mit ihr reden dass auch jajujo ma'ajujo wird auch rauskommen dass auch das jajujo auch rauskommt und so weiter das heißt du weißt bescheid du bist schon mal schon vorher vorbereitet aber wenn du diese sachen nicht also damals kennst wie kannst du reagieren das heißt du wirst richtig einen schock kriegen und nummer sieben fethu babel amel fethu babel amel dass diese hoffnung der form muslimer ist ist immer auf kann man karl rasul allah ist lassen dass die stände die stunde der welt nicht um erst wann hat der ukache dem muslimer ist also stark bleiben also stark bleiben bis jahr und wir haben auch ein hadith gesagt der ihm auch in muslimen steht das rasul allah ist auch keine zeichen der stunde die stände die stunde welt nicht um erst wann hat der ukache muslimer kuffar und jahr und so steht an jahr und wir werden mit muslimen kämpfen was noch werden die juden hinter bäume und steine verstecken die werden hinter bäume und auch steine verstecken in der außen ein baum heißt ein art heißt und die juden die wissen genau auch diese hadith obwohl die juden sind aber trotzdem die wissen genau das einzige baum die die nicht reden wird ist diese art und jetzt die machen was oder die pflanzen das in palästin warum weil sie auch wissen haben weil sie auch über unsere religion auch wissen haben weil sie auch genau die wahrheit wissen dass muhammad sallallahu alaihi wasallam ein prophet ist die wissen dass er rasul allah mehr als ihre kinder aber was hat die kaputt gemacht hat die kaputt gemacht diese nase hoch hat die juden kaputt gemacht und die steine die werden oder die juden die werden hinter steine und auch die bäume verstecken außer schulter schulter aber ich habe immer gesagt dass diese diese weisheit diese hekt man was in diesem hal steht dass diese diese steine die werden rufen ja muslim da alle für inna war ja hoi die und faktor er wird sich auch rufen ein stein oder ein baum werde ich rufen oder muslim kommt hinter mir versteckt eine ein jude und habe ich gesagt ein hekt man steht hier dass ein stein werden mit dir reden das heißt diese leute die werden auch hier sein wir werden richtige glauben wir sein warum wir heute zeige man kann nicht ertragen dass du oder dass dich ein stein ruft und dann fährst du ganz normal wenn dich ein baum jetzt oder mit dir redet oder dich ruft oder eine ein ein stein ich ruft ich kann sie auch noch was hundertprozent sagen dass du abhaust du willst gar nichts du willst nur deine mutter sonst ja nix und hier steckt zu haben diese weisheit dass diese leute kann man kann das holen dass die richtige männer sind nicht männlich sondern richtig männer ist aber ich habe die kurze der kinder um das heißt als menschen sind wir meistens neugierig werden wir oder möchten wir so viele Sachen immer wissen das heißt neugierig man wird diese tage kommen was wird auch im graben auch passieren was wird auch in jungen gehen auch passieren was ist die die zeichen vor dem jungen kriere was ist auch diese kleinen zeichen vor dem jungen kriere was die große zeichen wie wird auch ist alles runterkommen und das und das und das warum weil wir auch neugierig sind aber muss man immer solche sachen nehmen mit schade meine ich damit meine kitabin und mina es sind warum weil heute fahrer war es gibt es gibt es gibt wie auch gestern da haben gesagt dass heute ist jungen kriere aber wir haben bis jetzt keine 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 mädchen auch nicht gesehen und auch es ist auch nicht runtergekommen das heißt die zeichen was wir wissen diese große zeichen gewissen ist warum wir wissen genau wann wird das kommen geht und das auch uns hilft wenn was hält uns diese zeichen die zure auf dem man es ist zu tun da schtund da schtund da schtund da schtund da schtund da schtund Man sagt nur, Allah leckt Sadaqa Rasulullah und das steckt auch unser Iman. Warum? Weil wir wissen, dass diese Welt oder diese Dunia ist für uns nichts. Wie sagte Rasulullah Was? Jannetul-Kafir Das ist der Hadith. Ein Muslim. Jannetul-Kafir Warum Jannetul-Kafir? Denk nicht, dass die die Kuffare, die jetzt in der Dunia leben, dass sie in Luxus leben, also leben, dass sie zufrieden sind, dass sie haben was sie brauchen. Allah nicht. Es gibt Kuffare, die Pemer sind. Es gibt Kuffare, die Alkoholiker sind. Es gibt Kuffare, die was kann ich sagen, aber was versteckt oder was versteckt auch in diesem Hadith? Versteckt auch oder ja, versteckt auch dass Rasulullah sagte, dass die Welt Sijlul-Mu'min und Jannetul-Kafir Warum? Muss man nur an Jahannam denken. Egal wie er hier also lebt in Jahannam wird es noch schlimmer bekommen. Das heißt, hier ist seine Jahannam. Widerstand. Warum? Weil dort gibt es Feuer. Dort gibt es richtige Strafe. Egal wie ihr lebt, ob er hier Alkoholiker so lebt, obwohl er auch in Luxus lebt, obwohl er auch so in sein, obwohl er auch so zufriedenheit sucht und nicht findet, aber trotzdem für ihn hier ist ein Paradies. Warum? Weil er weiß genau, was auf ihm dort wartet. Wenn er jemand ist, wenn er auch nicht Muslim wird, wenn er auch nicht diese Richtleitung auch bekommt, wenn er auch nicht nach Islam sucht, wenn er auch nicht nach Islam fragt, wenn er auch nicht diese richtigen Quellen, die über Islam auch redet, auch sucht, seine Platz und seine Strafe wird er in Jahannam bekommen. Wenn er nicht Taube macht, warum? Lammar Rasulullah sallallahu aleyhi wa sallam kann, und auch der Islam jemand, der Muslim geworden ist, Alhamdulillah. Es gibt Leute, die Kuffar waren und die haben nie ein Gebet verrichtet und sind gestorben, diese Muslime gestorben, die sind im Paradies. Jemand, der ausgesprochen hat, die 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 Aber der Junge war eigentlich nicht so. Erstens hat sein Vater geguckt und der Vater hat ihm gesagt, erzähl Abul Qasim. Gehörte, was Abul Qasim gesagt hat. Er war am sterben. Er war am sterben und trotzdem hat er nicht aufgegeben. Er hat mit ihm Dauern gemacht. Weil er weiß genau, seine Strafe, die er in Jahannam bekommt, wird er nicht Muslim wert. Richtig zufrieden und unterschreit, Alhamdulillah, dass er durch mich Muslim geworden ist und von vorher gerätet. Sallallahu alaihi wa sallam. الإيمان بأشرات الساعة يقوي الإيمان. وهذا كذلك يجعلنا أكثر ثقة Er war die beste Mensch. Der war die beste Mensch. Ich weiß die beste Mensch, die beste Mensch der Erde. Er war die beste Mensch der Erde zu erinner. Er war von uns selbst. Er war für die Arbeitslos. Er war die Eier. Er war die Chance des Herrn Adam. 그걸 sagen, was Abul Qasim. Er war die Erste, keine Ehre zu sagen, was Er ist Dauern. Er war die Erste. Er war die Erste, was er diсли. Und der erste Mensch, der auch seine Sprache für seinen Volk macht. Wer ist er? Mحمد صلى الله عليه وسلم هذا ما قلنا فإن كان حقا فمن الله وإن كان خطأا فمني ومن الشيطان أقول قولي هذا وأستغفر الله أي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله